Ja, jetzt bin ich wieder unterwegs mit meiner Freundin und schönes Spaß! Ja, unsere Hände. Wartet. Hä? Und Kira und Berli. Das verlobte Paar nach sechs Jahren oder zwei Jahren. Wie viele sind das jetzt schon? Also, ich hab Berli jetzt schon seit fünf Jahren, also fünf. Boah, hat sie ne alte Fugen genommen, ne? Ich mein, sein Alter. Ein ganz schöner großer Unterschied, weißt? Er ist 35 und sie ist 42. Kira. Berli. Das letzte Video von Berli fand ich voll süß. Hab dich süß. Ich filme nachher mal wieder weiter. Kira. Jenny. Mein Hund rennt vor. Ja. Siehst du, dass es Blindschleichen gibt? Ja, ich hab sogar schon Aufzeichen gesehen, aber die tun nichts. Ich hab doch keine Heile gesehen, ne? Ich hab so einen Track, ne? Oh mein Gott. Ich hab so einen Track, ne? Ich hab so einen Track, ne? Cool, ne? Du kennst doch. Die Geschichte von Rotkäppchen. Nur, dass ich nicht glaub, dass Rotkäppchen nicht das Haus gefunden hat, ne? Und wer gibt bitteschön seiner Oma, ne? Weint, dass sie gesund wird. Tja. Das weiß keiner. Das weiß ich nicht. Ich hab so einen Track, ne? Ich hab so einen Track. Ich hab's nicht gehört. Ich hab mal gebraucht. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Ja, ich hab's nicht gehört. Ups, das ist alles drauf. Ja, Lu, geh mal weiter. Das ist dich. Dann. Es sind schon wieder Leute da vorne. Es sind Leute. Da sind Leute. So, wir haben jetzt diese Leute übersprungen. Ja. Unser schöner Spaziergang im Wald. Das ist einfach stark. Dum 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 dum. Ja. Jenny hat Kackprobleme. Nein, ich dachte das wäre ein Tier oder so. Wo? Was denn? Wo ist ein Tier? Ich dachte das wäre ein Tier. Ich dachte es wäre ein Tier. Ach so. Ja. Am Abend läuft noch immer, dass Kira kein Hund ist. Echt? Ja, eine dicke Fitte. Guck, wo ist sie? Sie pisst auf dem Weg. Dein Hund ist unrein. Meiner macht sowas nicht. Letztes Mal. Wir brauchen von letztes Mal nicht. Ja. Ich habe ja ein Video von der Kira auch in Youtube drin. Da wo sie auf dem Weg scheißt. Dass du mir freund halten hast. Ja. Erst ein halbes Jahr später. Warte, warte, warte. So ist fein. So ist fein. Hi. Das ist Kira. Und das ist der Bierli. Der Gangster. Komm, dreh dich mal hin. Okay, jetzt lauf. Ja. Wir haben schon schöne Wege zum Gassi gehen. Gell? Geh noch die Route des Jägers. Da gehen wir jetzt tief rein, ne? Nein. Den Weg bin ich eigentlich noch nie gegangen. Und den da auch nicht. Frage. Da gehen wir. Ja, keine Ahnung. Ich geh da lieber nicht lang. Machen wir das nächste Video. Wir können es ja mal morgen Mittag machen. Morgen Mittag. Dann, dann. So wieder Fahrradfahrer. Bis gleich. Mein Hund wäre jetzt beinahe vom Fahrradfahrer überfahren worden, weil er vor das Fahrrad gerannt ist. Ja, aber der hat doch schon gleich gesagt, es leben noch alle. Also muss schon lebendig sein. Er hat aber rechtlich spät gesagt, es leben noch alle. Er wollte es ja nur noch nachprüfen. Zuerst so dummen Gaffen, wo ich gesagt habe, Entschuldigung. Ja. 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 Was soll der denn sagen? Gott sei Dank ist nichts passiert. Oh Gott. Warum dieses Gangster aufschliegen? Hm? Wo ist eigentlich Kira? Ähm, ja, Kira! Ich weiß nicht. Da ist sie. Da ist sie. Kira wälzt sich wieder in was. Kira. Hier aussetzt. Hopp. Oh, hier stinkts. Oh, Kira geht ab. Ah, Bär ließ diesmal nicht Phosphat gerannt. Gut. Was? Schicke Jenny. Autsch mich fest. Hab ich es neu gekauft. Ja. Und Kira rennt. Der Dackel. Der Hotdog. Ich hab mal in Facebook so ein Bild gesehen. Haben sie so einen Hund? Ja, Hotdog. Ich hab auch gesehen, ja. War schon zum Anbeißen, ne? Mhm. Den Kopf schneide ich ab. Ich will keinen fremden Mann da auf meinem Bild haben. Fremd. Seht mir an, wie er heißt. Dann ist er nicht mehr fremd. Kalbpflaume oder so, oder? Ist es? Hallo Kalbpflaume! Hallo! Winke, winke! Tschüss! Da hinten ist ein Hund gewesen hier. In dem... Ich will aber nicht anfassen, ich sag's dir. Es war aber anscheinend ein Kampfhund. Und sie los, und sie los, und sie schafft jetzt ins Ziel! Ja, aber daneben. Tut mir leid, sie haben verloren. Juhu! Hotdog gibt's gut. Alter, schau mal wie dein Hotdog abgeht! Ja, nicht aufs Feld! Wo rennt ihr hin? Ja, keiner will ja nicht. Vielleicht. Die hat ja echt einen gespinnerten... Keine Kreise laufen! Sieht nicht gut aus, dein Hund. Kira! Wir sind ja nächste Woche wieder zum Psychologen, ne? Ja, das denk ich auch. Die Felder sind rein! Mag ich was der Hund angestellten? Pelikon! Kira, hat's Spaß gemacht durch dieses Feld zu marschieren? Wow! Dein Deutsch ist so kurzweilig! Hey! Ich glaub sie haben es selbst gesehen, ja. Ja, ich glaub sie haben. Jenny macht Gymnastikübungen. Ja, mach doch mit! Billy, komm! Komm, geh weiter, komm! Billy, hör auf! Ja, immer wenn ich... Interessant! Einen Ast! Nein! Sie hat einen Ast da wochen! Egal, da gibt's viele! Wollt ihr mich damit ärgerst? Einen schöner Ast! Mann auch! Was? Lauf! Ich bin zu blöd! Jetzt! Nein! So, jetzt ärgern wir Jenny ein bisschen. Jetzt laufen wir mal kurz. Und sie läuft weg! Attack her! Nein! Windstock! Nein, lass los! Autsch! Mannu! Awww!